hallo und herzlich willkommen schön dass du einschalten hast bei no man's sky weiter geht's mit einer baufolge such folgern sehr gespannt das ruhig daumen da wenn dir sie fällt und viel spaß beim zuschauen wie kann ich jetzt den gabel bauen reicher platz kohlenstoff das kann ich herstellen so da brauche ich nur einen und so haben wir kohlenstoff von 50 pflanzen ich wollte gar nicht ich hole mir gerade zu meinem raumschiff her ich brauche kohlenstoff nicht für rietstaub was bist du warte mal lass mich mal schauen hä ach ja guck an schön ach ja 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 ich würde gerne mal ein ding sind wie kann ich das jetzt beanspruchen rein drittisch müsste ich doch hier den baucomputer inbauen oder oder brauche ich chromatisches metall also brauche ich jetzt scanner aber sonst kann ich ja nicht oder ich tue mal den den die raffinerie dahin gut also bräuchte ich jetzt selber kohlenstoff genau wie kann ich gabelbarm herstellen was brauche ich dort geschritten kaufmann noch also mich jetzt irgendwie auf handelt ok ok damit ist der raumstation aber ich würde gerne hier nochmal so sort base hinbauen und du musst jetzt noch erst mal kupfer kreatur was ist das um kupfer damals doch es wird die planeten jetzt beanspruchen jetzt hier ja keine ahnung ist da nicht der kupfer ist das kupfer diese blätter da oben ist kupfer genau das ist doch ein langer weg bis dahin aber gut guten tag was bist du die drohne wächter ich muss doch hoch so weit weg ok da würde ich mir auch so ding jetzt noch mal so kleines häuschen hinzimmern und wir bauen jetzt kupfer ab warte mal wenn ich jetzt ein bisschen größer mache ist ich es ich 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 aufladen was haben wir hier ok kupfer müsste jetzt alle sein oder schauen haben wir noch kupfer kupfer wissens stein kupfer nee wir laufen zurück wächter verfolgt mich bauen unser kleines häuschen gleich 2 x 2 3 x 3 was kann man das kennen pflanzenfresser kreatur pflanzenfresser schenta da sind wir doch da genau ich habe mich verlaufen gut dann bauen wir uns mal das so mehr y war es y y computer ach ich muss erst mal so groß so warum das offline also braucht treibstoff nein was andere hat er mal du bist du da und start ja das schon minute da bauen wir uns in jahren noch mal so space und dann vielleicht noch mal so teleporter ich weiß nicht ob lohnt sich das jetzt überhaupt so äh dings hinzubauen aber wir können ja mal das ausprobieren das können wir mal machen ja gleich gleich fertig so gucken wir mal raus ab wann kann ich dich nicht aber ich würde sagen ja schon mal hinsetzen ist gleich fertig und vielleicht aus holz oder stein ich würde vielleicht sagen auf stein vielleicht ne aus holz achso da war ich schon drin wo bist du grafen ja mit zack y da und stellen wir stellen hier hin so was machen wir jetzt suchen nach koordinaten archiv ja machen mal denn dann beanspruche ich diesen bäms ja was sagen da bauen wir uns mal was bist du flachdach da baue ich einfach vielleicht 1 2 3 4 und verriet kein problem kriegen wir hin baum ab baum ab baum ab und dann reißen wir dann reißen wir dann zur station mein stein erreicht spaziergänger tja ich gehe gerne spazieren so ich brauche noch kohlenstoff oder wenn wir können scannen wir mal schneller wo bin ich warte mal wo ist mein oh was hab ich die schon gescannt ja so da bauen wir uns jetzt noch äh Türchen ah feines so alles klar dann machen wir hier so hin und dann wand dahin 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 na hab ich schon ja dahin so jetzt bauen wir uns noch äh Dach ne warte mal warte mal reicht schon wieder nicht hooo alles klar kohlenstoff immer gut brauchen wir verritt staub so lassen wir kurz mal abkühlen ok abkühlen warte mal kurz mal aufladen technologie aufgeladen technologie aufgeladen sehr schön so haben wir das könnte man tipps so tipp geben wie ich habe mir verlaufen wo bin ich denn wir haben das noch mal so ob es ist auch spielt wissens stein reisendor gelernt ach da mensch das ist doch hinterm berg da ist es doch so machen wir jetzt nur noch genau generator muss man noch einsetzen so erst mal das dach ich hätte fünf mal machen müssen oder warte mal so hallo mein so so unser gut hammer ich brauche jetzt noch ein kinder generator konstruktion bio generator auch mit der platte geht es das können wir hin mit einer medaille platte exo eine medaille platte hammer bio generator so dann brauchen wir das portal vier medaille platten und zwei kohlenstoff ok kohlenstoff nano röhrchen ok vier mit das 18 was bräuchten da was so so nach leute material mangel staub ich hatte doch das ist ein stein ich hätte das war stein mehr da mal ich hatte das war stein kohlenstoff warum nicht scheiße verfolgen die wächter hatten kann sie mich bitte mal ruhe lassen es wurde aus versehen ich hatte brauchst du stein danach sah genauso aus wie ein stein in w w w Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und ob das mich mal in Ruhe lässt So, Metallplatten, genau, Metallplatten brauche ich Ich habe keinen Platz mehr Das schnell übertragen Ein Raumschiff Ich gehe mal rein, lässt mich vielleicht mal in Ruhe So, Metallplatten Als Vierer Oh Leute, reicht es echt nicht Vier Stück Ich meine, ich nehme 20 Grad Der geht nicht, der koche Nein, die B-Krad anzubauen So, Tim, ja Ich möchte einfach nur mal Vier Stück, ja Ah, echt Skolensstoff Inventar So, lass mich mal schauen Um, umbauen Da tue ich das ins Raumschiff Hier rein Kohlenstoff Die Punkte Da tue ich auch da rein So Ich meine, ich brauche Dings Oh Da Da So So Wie viel kann ich jetzt bauen Ich brauche vier Stück Eins Oh, reicht echt nicht Ich glaube, ich versuche mal zu scannen So Oh Ich habe mich schon wieder verlaufen Achter Kann ich jetzt noch bauen? Gut Oh Schüttkohl ohne Beine So, da bauen wir uns jetzt das Ding Den Teleporter Nein, Y Den machen wir dann hier hin So, da brauche ich ja noch Gabel So Treibstoff Was brauche ich da? Nicht Kohlenstoff Sauerstoff Okay Na dann Warte mal, warte, warte Ich muss mal kurz mal Das ganze Zeug aus dem Raumschiff Zeig mal, Mutti Raumschiff Ich würde gerne das Warte mal Das Na Hier rein tun Munition lassen wir Treibstoff, das nehmen wir mit Feines Das kann man verkaufen Das behalten wir Das kann man verkaufen Oder Lebensschleim Komm, verkaufen Das kann man verkaufen Das kann man verkaufen Das Das kann man auch verkaufen Denken wir mal So Raumschiff Das 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 Verkaufen Das Das Wird Versuchen wir mal Und dahin kommen Ob hier Eins ist Jo Ah, okay Cool Sammeln Stell Da Wir bauen mal, was war es jetzt, der Gabel bauen, brauch mal. Von mir entdeckt, sehr schön. Verkaufen. So, einen Schrott verkaufen wir. Verkaufen wir. Verkaufen wir auch. Gold. So. Jetzt behalten wir. So, was haben wir noch? Okay, kaufen. So, ich brauche gar... Ja, einmal haben wir. Gut. Kaufe, Gabel bauen. Habe ich mal zwei gekauft. Gut. Dann gehen wir da zurück. Hä, das macht man eigentlich Raumschiff da. Ist doch meins. Ich hab meine, das ist nicht so, ich bin jetzt auf mich. Ich bin nicht so, ich bin nicht so, ich bin hier. Ich bin nicht so, ich bin nicht so, ich bin jetzt auf mich. wir sind da sehr schön heimo warte mich warte mal wo ist mein computer so forsch gewesen ja ich krieg geld gut wo ist mein raumschiff da hätte stande doch das stande doch um oder so nochmal zykl-strich es ist 2 gut ok suche nach akunde lokalisierer bei automatische archivierung wieder herrschen was ist die daten wieder hergestellt in kann also sechs prozent kann man gucken konzentrieren länder heruntergeladen pläne lager lager behälter das ist ja cool sehr schön was haben wir noch zusätzliche daten bauplan ok warte mal jetzt habe ich ja doch den ich habe doch den den stärkeren jetzt oder warte hoch geschwindigkeit ok die verschiedenen technologie lagern zu legen gut dann sage ich mal auf wiedersehen bis zum nächsten mal tschüss 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 Vielen Dank.